Willkommen zu einem weiteren Video. Diesmal bin ich bei Salto Minas. Das sind so verschiedene Wasserfälle, die man so in Paraguay hat. Und das ist in einem Nationalpark. Der Name des Nationalparks ist Ibuquí. Ich werde schon einige Informationen in der Beschreibung des Videos hinterlassen. Es ist ein schöner Ort und ich werde also so viel wie möglich schöne Videos auch von Landschaften bringen, soweit ich da hinkomme. Bitte abonnieren Sie diesen Kanal für diejenigen, die das noch nicht gemacht haben. Sie werden dann immer mehr Videos von Paraguay sehen. Danke fürs Abonnieren des Kanals. Ich wünsche allen Menschen ein besseres Leben. Vielen Dank. Vielen Dank.